... im Sommer praktisch herbeischreiben, und zwar die Starken von euch. Nehmen sich die Lieblingsmenschen und schmeißen sich die Lieblingsmenschen auf die Schulter. Nur so. Schmeißt euch die Lieblingsmenschen auf die Schulter. Zeigt ganz Trier. Zeigt dem ganzen Land. Zeigt der ganzen verfickten Welt, wo euer Lieblingsmensch ist. Und dann scheint morgen das Sommer. Oh, oh, das, das, das fängt ordentlich an. Oh, ja, komm, so. Das Licht fehlt, diese Nachtwelt. Geht's verzeugen, bitte, hart. Die Welt im ganzen, ganz auf, vom ganzen Tag. Die Runde, die Schlecken, meine Knöchel verlaufen, wir verlaufen, Bewerblich, leise, sorglos, das Ganze könnte ich hier noch sehen. Sag mir, wie weit wir gehen. Lass uns sehen, wie weit wir, wie weit wir gehen. Lass uns sehen, wie weit wir, wie weit wir gehen. Lass uns sehen, wie weit wir, wie weit wir heute gehen. Lass uns sehen, wie weit wir gehen. Ja, das sind die meisten Lieblings, die wir schlief hören. Das ist ein Lieblingsmeister. 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 Das ist ein Lieblingsmeister.